Musik Hallo liebe Zuschauer und einen wunderschönen guten Abend bei time2do.ch Heute haben wir ein Thema, was ich unbedingt noch einmal bringen musste, denn als er zum ersten Mal bei mir in der Sendung war, waren die Leute wie von den Socken und haben so viele Fragen gehabt und so viel Nachfrage und so viel Interesse, dass er heute wiedergekommen ist, obwohl er ein Mann ist, der am Tag über 200 Telefonanrufe bekommt, der durch die ganze Welt tourt, der überall den Menschen seine Informationen weitergibt, was er von Gesunderhaltung hält und wie man mit der Natur arbeiten kann. Ich freue mich ganz besonders, dass er die Zeit gefunden hat, wieder da zu sein. Herzlich Willkommen, Robert Franz. Ja, vielen Dank für die Einladung. Robert, letztes Mal haben wir über ein Thema gesprochen, OPC. Das war unser Hauptthema, dieses sogenannte Traubenkernextrakt. Es ist ja, manche Leute bezeichnen es schon als Wundermittel. Woran liegt es, dass OPC so eine große Wirkung hat? Die Wirkung von OPC liegt darin, dass in OPC ein Haufen Natur enthalten ist. So wie ich gesagt habe, wenn du heutzutage ein Glas Rotwein trinkst, hast du zwischen 0,2 und 2 Milligramm OPC. Dann nimmst du mit einer Kapsel OPC zwischen 70 und 700 Gläser Rotwein auf. Das bedeutet, bei jedem Kapsel OPC isst du eigentlich einen ganzen Weinberg. Du nimmst ein ganzes Stück Natur auf. Deshalb ist es auch so stark. Und was letztes Mal die Leute auch noch nachgefragt haben, du hattest eine Bezeichnung genannt, wo du gesagt hast, wir verwenden 10 Tonnen Trauben, um 300 Gramm reines OPC zu erzeugen. War das so richtig? Ja, genau. Das waren 12 Tonnen Trauben. Und 12 Tonnen Trauben haben eigentlich 100 Kilogramm Kerne. Wenn man diese 100 Kilogramm Kerne wäscht, in so einer Wäsche, lösen sich kleine rote Partikel. Die Kerne werden komplett entfernt. Diese rote Partikel getrocknet ergeben 300 Gramm. Das bedeutet 100 geteilt durch 3. Das ist 333,3 als Periode. Das ist diese Traumkette stärker als der Kern selber. Jetzt hast du ja auch ein Buch geschrieben, wir haben es da, wo du sagst, OPC das Fundament der Gesundheit. Warum ist das OPC denn so wichtig für uns Menschen? Denn der normale Mensch isst ja im Prinzip im Herbst Trauben. Die kommen ja so September, werden die reif. Dann essen wir Trauben und wir sind ja gewohnt, die keiner auszuspucken oder die keiner rauszupopeln. Weil es ist natürlich nicht besonders angenehm, drauf zu beißen. Warum ist es so wichtig, die Kerne mitzuessen? Ja, die Kerne, ich meine sie wirklich mitzuessen, weil die Kerne eigentlich durch die ganze, im Sommer die ganze Sonne, UV-Strahlung geht voll auf den Kern. Die Traube ist so wie eine Luftblase, der Kern kriegt die maximale Sonnenstrahlung. Aber ich meine, unser Körper wird durch Blut versorgt und eigentlich OPC ist für mich das natürliche Mittel, um ein dünnes Blut zu bekommen. Wir haben einfach ein dickes Blut durch unsere Evolution. Deutsche, Schweizer, Österreich haben dickes Blut. Und statt es, ich weiß, durch Pharmamittel zu verdünnen mit einem Marcumar, einem Aspirin, einem Sarelto-Pradax, wie sie auch immer heißen, diese sozusagen Heilmittel. Für mich sind das keine Heilmittel. Aber, oder ich kann zum Beispiel literweise Rotwein trinken, aber deshalb nehme ich lieber OPC, um mir einfach nicht die Kante zu geben, sondern auch das Leben zu genießen und nicht von Straßengrauben zuzuschauen. Wenn wir von Fundament der Gesundheit reden, ich meine, jetzt könnte ja der Laie hingehen und könnte sagen, Mensch, wunderbar, was der Robert gesagt hat, jetzt esse ich weiterhin Fastfood und trinke jeden Tag fünf Bier und drei Süßgetränke und haue mal noch einen Haufen Zucker rein und dann nehme ich einfach OPC und alles ist wieder gut. Ist das so gedacht? Ja, so gedacht in dem Maße, so wie ich gesagt habe, ich bin der ungesündeste Mensch, was da rumläuft. Okay, eine gesunde Ernährung kann nichts ersetzen, ein gesundes Wasser kann nichts ersetzen, aber so wie es heutzutage, die Menschheit ist leichtlebig, sie rennt nach materiellen Werte. Das heißt, sie soll ihre materielle Werte genießen, sie soll ihr Fastfood genießen, aber einfach den Körper schützen. Und so wie Sie sehen, ich nehme selber OPC, ich esse Pommes, Burger, Mayo, Blattspeck, 18 Eier, fünf Flaschen Bier, zwei Liter Wein. Ich habe Power. Normal muss ich längst unter der Erde sein, funktioniert aber nicht, weil ich habe nicht nur OPC, sondern auch zwei, drei andere Komponente, die eigentlich das Fundament bedeuten. Da wollten wir heute drauf kommen, weil, wie gesagt, ich kann nur sagen, und das kann ich auch ganz offen und ehrlich hier sagen, als ich dich in den letzten Sendungen kennengelernt habe, habe ich dir von meinem Augenproblem erzählt. Ich habe immer so Nebel vor den Augen gehabt. Und was noch war, drei Dioptrien, also das heißt, ich bin weitsichtig, ich konnte hier nichts mehr lesen. Vier Wochen habe ich das jetzt genommen und muss sagen, bin überrascht über die Wirkung. Das haben die Zuschauer schon mitgekriegt, dass ich in manchen Sendungen, das ist noch nicht 100 Prozent gut, aber doppelt so gut, wie es jemals war. In drei Jahren habe ich alles Mögliche probiert, denn ich möchte auch auf künstliche Produkte oder auf operative Eingriffe verzichten, soweit es möglich ist. Und das Ergebnis bisher war fantastisch, aber du sagtest ja damals, mindestens drei Monate muss ich es nehmen, bis die Augen dort sind, wo sie eigentlich hingehören. Ja, genau. Und außerdem hast du gesagt, du nimmst OPC. Ich habe gesagt, Norbert, nimmst du Vitamin D3? Er sagte, nein, ich nehme noch. Ich sage, Dr. D3 ist das Signal, produziere gesunde Augenzellen. Der D3 erneuert deine Augenzellen. OPC durchblutet dein Auge. Alles, was gesund ist, bleibt erhalten, geht nicht mehr kaputt. Die Stellen, die vielleicht noch fast trocken sind, ich weiß, beim grauen Stahl oder wenn ich zu starken Augendruck habe, die werden dann, ich weiß, repariert. Und bei manchen Leuten wird die Sehkraft besser, bei anderen Leuten verschwindet sofort der grüne Stahl, so dass es sind noch zwei, drei, außerdem dein Auge besteht aus Vitamin C. Du nimmst auch Vitamin C. Unser ganzes Auge besteht aus Kollagen. Vitamin C baut dieses Kollagen auf, so dass für deine Wehwehchen sowieso, du hast Altersbeschwerden beim Auge, empfehle ich dir. Sagt er jetzt, wie Altersbeschwerden. Es gibt kein Alter, wir sind beide jung oder ich weiß wieder, wie viele andere, die da draußen rumrennen, 18-Jährige. Aber ich sage, deine Therapie wäre, ich weiß, Vitamin D3 nehmen, deinen Spiegel hochzufahren, statt den Urlaub in der Karibik zu. Ich sage mal, Vitamin D3, Urlaub Karibik in der Schweiz. Vitamin D3, zehn Tage, 50.000 Einheiten. Nach zehn Tagen bist du wieder in der Schweiz angekommen, nimmst deine 5.000 Einheiten täglich. Vitamin D3, würde jeder Mensch diese 5.000 Einheiten nehmen, würden 60% aller Arztbesuche gar nicht mehr stattfinden. Wie wichtig ist D3, die Sonne? Zweitens ein OPC auf zwei, drei Kapseln erhöhen, dass dein Auge durchblutet wird, dass das Augenwasser abfließt. Und drittens Vitamin C. Und für deine Schlieren oder schwarze Flecken, was du siehst, würde ich homöopathisches Mittel nehmen, das heißt Phosphorus. Phosphorus D12 ist ein Aufbaumittel für die Augen, Konstitutionsmittel homöopathisch. Wenn sie schlieren, schwarze Fleckenhaube auf den Augen, wird bei Makuladegeneration, Augendruck und sowas benutzt. Das sind vier einfache Mittel, die vielleicht kein Augenarzt verschreiben wird oder vielleicht eventuell verschreiben werden. Jetzt muss ich natürlich gleich, um nicht gegen geltende Gesetze zu verstoßen, den Zuschauern sagen, sie wissen es, alles das, was der Robert Franz hier sagt, sind Angaben, die auf eigenen Erfahrungen beruhen und auf Berichten von Menschen, die nach seinen Empfehlungen gehandelt haben. Es soll sie nicht davon abhalten, zum Arzt zu gehen oder ihre Medikamente, die sie bekommen haben, weiterzunehmen. Das muss eine persönliche Entscheidung sein. Und der Robert Franz trifft keine Heilaussagen. Er schildert rein seine Erfahrungen. Dass wir uns da klar machen und dass nicht morgen wieder jemand kommt und sagt, wir machen hier Heilversprechen. Das machen wir nicht. Er berichtet von seinen Erfahrungen. Dieses Vitamin D3, welche Funktionen hat es denn im Körper und warum hat es der Mensch zu wenig? Kriegen wir das nicht mehr über die Nahrung? Nein. Wie geht es über die Nahrung? Ein Mensch, der, ich weiß, vielleicht Fisch isst, ein Hering hat zum Beispiel 1000 Einheiten Vitamin D3. Wenn es jetzt mit Hering gesund werden will, müsst ihr halt 10 Tage 50 Heringe essen und dann 5-Heringen lebenslang wahrscheinlich das Grün werden von Hering essen. Aber ich sage, was wir nicht kriegen, ist die Sonne. Ich habe auch mit einem Pathologen von Berlin gesprochen. Der hat auch Tiere, Hund, Katz, Schaf, Kuh, Pferd, obduziert und hat gesagt, selbst die Tiere haben Sonnenmangel. Und diese Sonne, die wir nicht kriegen, die äußert sich, indem unser eigenes Körperhormon Vitamin D3 nicht aktiviert wird von der Sonne. Dadurch, Vitamin D3 aktiviert 1000 Gene im Menschenkörper. Nicht 10, nicht 20, nicht 200, sondern 1000 Gene. Du siehst, wie wichtig das ist. Außerdem, Vitamin D3 ist zuständig für 67 Krankheiten. Nach meiner Meinung keine Krankheiten. Es gibt Mangelzustände des Körpers, die wir haben. Es gibt keine Krankheiten. Wir sind alle gesund. Wir vergessen aber aufzutanken. So wie ich sage, beim Auto vor den Urlaub, mache ich die Haube hoch, schaue, ist Kühlwasser drin, der Motor wird nicht kochen, ist Öl drin, da werde ich keinen Kurbelwellen schaden, keinen Nockenwellen schaden. Ist Bremsflüssigkeit drin, wird die Bremse funktionieren. Und wenn ich Servoflüssigkeit drin habe, werde ich 20 Mal leichter lenken. Haube zu, das war's. Wir müssen einfach in unseren Körper einfüllen, unser Gehirn wird diese Füllstände messen und wir werden funktionieren wie eine Schweizer Uhr. Das hört man natürlich gerne in der Schweiz, weil Schweizer Uhren ist ein bekannter Qualitätsbegriff. Genau. Dieses Vitamin D3, jetzt ist ja immer in dem Volksmund diese Thematik, Vitamin C gleich Ascorbinsäure. Genau. Da ist aber ein gravierender Unterschied drin. Wie kann man den erklären? Ja, zum Beispiel jetzt Vitamin C ist gleich Ascorbinsäure. Ich meine, ich habe als Kind schon Ascorbinsäure genommen. In Rumänien, da waren keine, ich weiß, Acerola oder Amla oder Camu Camu, wie es auch immer heißt. Wahrscheinlich auch nicht das Geld, die Preise zu bezahlen. Es wirkt auch eine Ascorbinsäure. Selbst Linus Bolling ist 93 Jahre alt geworden, hat diese Ascorbinsäure genommen. Sandjörg hat Ascorbinsäure erfunden, künstlich das erste Mal, selbst 95 Jahre. Und da am Gardersee drüben, die Else Bollig, auch mit Ascorbinsäure, 107 Jahre. So dass, wenn die Leute erstmal Fahrrad fahren wollen, bevor du auf den Mond zu landen, tankst du erstmal Ascorbinsäure, ein Depo-Präparat. Das löst dich auf. Innerhalb von 24 Stunden bist du immer mit Vitamin C versorgt. Jetzt zum Thema Vitamin D3. Es gibt zwei Präparate. Es gibt ein künstliches Präparat von der Pharma. Den gehen man manipulierte Pilzkulturen. Funktionieren auch. Man kriegt manchmal rote Augen oder rote Bäckchen. Da muss man es sein lassen. Oder es gibt ein Naturprodukt, gemacht von Schafwolle. Die Tiere erzeugen Vitamin D3 auf ihrer Wolle. Dann wird das Schafwollfett extrahiert. Dadurch wird Vitamin D3 gemacht. Und ich habe ein natürliches D3. So dass, wenn ich die Möglichkeit habe, zum selben Preis ein Naturprodukt, würde ich mich für dieses entscheiden. Und das ist der Unterschied bei diesem Vitamin D3. Wird von Schafwolle gemacht. In Neuseeland oder in England sind die letzten Herden. In Neuseeland gibt es doch Sonne. Und durch dieses Vitamin D3 bin ich eigentlich wieder im Leben. Vitamin D3 bringt uns alle Leben. Ist unser Lebensfunke. Die Sonne. Eine Pflanze ohne Vitamin D3, werden die Blätter sofort schwarz. Und so wie ich sage, bei uns durch D3-Mangel entscheiden wir nicht, welche Körperfunktionen fehlen. Sondern unser Gehirn wird knallhart keine Verdauung mehr herstellen. Wir werden keine Knochen produziert. Es werden keine Lungenzellen gemacht. Dadurch verfallen wir. Was ich immer wollte, ich wollte durch OPC einen Körper schützen. Aber ich will keinen zusammenfallenden Körper schützen. Sondern durch Vitamin D3 einen aufbauen, blühenden Körper schütze ich. Dadurch, durch diese zwei Sachen, kriegst du mal so eine kleine Rakete im Hintern. Zum OPC, das Vitamin D3. Das heißt, auf das Fundament erfolgt dann wieder der Aufbau. So wie wir es eigentlich kennen, wenn wir ein Haus bauen, stellen wir auch erst mal das Fundament sicher. Und dann bauen wir das ganze Haus drauf. Kann man das so vergleichen? Genau. Vitamin D3 ist, Maßstab für mich ist erst mal Vitamin D3. Du musst erst mal ein Leben sein. Du musst Sonne haben. Wenn der Körper ein Leben ist, der Pinocchio ist gemacht, aus Holz, muss eine rote Nase klingen. Das schaffe ich durch den OPC. Ich durchblute. Und wenn ich durchblute, dann muss ich schauen, aus was besteht mein Körper. Die Bausteine meines Körpers. Wir bestehen aus Kollagen. Dieses Vitamin C baut Kollagen auf. Deine Augen bestehen aus Kollagen. Deine Körper, deine Muskeln, deine Adern bestehen aus Kollagen. Und dann vielleicht noch ein paar Mineralien. Für mich ist es so wie eine Mauer. Ich will eine Mauer bauen. Vitamin C sind die Steine, OPC der Mörtel, Vitamin D3 der Plan. Die meisten Leute haben einen Plan, haben aber keine Steine, kein Mörtel. Die andere Leute haben Mörtel, aber keine Steine. Und der Plan ist auch nicht. Das ist so, dass durch die drei Sachen, sage ich, kann man viele Leute aufwägen, ob sie in der Schweiz wohnen, in Afghanistan oder wie auch immer die Länder dieses Planeten heißen. Zwei hatten wir jetzt gehabt. OPC und D3. Was wäre das dritte? Dritte ist Vitamin C. Und viertens, was ich sage, sind Mineralien. Unser Körper besteht aus Mineralien. Wir sind sozusagen aus dieser Erde entstanden. Deshalb, ich sage bei Mineralien, wir sind eigentlich Wasser und Schlamm. Was wir sind, da frage ich, was hat Gift in dieser natürlichen Kombination verloren? Was soll es dazwischen machen? Und so wie ich sage, Mineralien, der Mensch ist Steinesser von sich aus. Wir sind Lytophagen, die in Kaugasus leben so lange, weil sie Steine essen. Nicht, weil sie Joghurt trinken oder Käfer trinken, was auch immer. Ja, kann sein, verbesserte Verdauung. Aber diese Steine aufzunehmen, und für mich sind die Steine wichtig, erst mal nicht, damit ich weiß, Mineralien im Blut ersetze, sondern wir wissen, dass unsere ganzen Giftstoffe im Darm sich ablagern. Im Darm erfolgt die Restription. Am Abend, nachdem wir gegessen haben, wir liegen und schlafen, ist der Darm voll mit Giftstoffen. Würden wir keine Mineralien haben, würden wir in der Früh unser Frühstück mit dem Dreck vom Vortag genießen. Aber diese kleinen Mineralien in Form von Zeolit-Urgesteinsmehl, wenn sie genug fein gemahlen sind, sind kleine Schwämme, saugen das Gift aus. Beim ersten Stuhlgang sind sie draußen und du genusst dein Frühstück in, ich weiß, jungfräulicher Manier. Und sie haben herausgefunden, eine Hühnerzelle lebt eigentlich sieben Jahre. Nach sieben Jahren ist die Zelle tot. Wenn ich aber die Zelle in der Früh füttere und am Abend gifte, sei es mit Mineralien, ist sie 27 Jahre alt geworden. So dass der Tod sitzt im Darm, schaut, dass du einen gesunden Darm hast. Das hat ja auch Paracelsus schon gesagt, dass dieses Grundprinzip der Darmreinigung oder der Darmreinerhaltung eine ganz wichtige Aufgabe ist. Aber wenn ich jetzt den Menschen angucke in unserer heutigen stressigen Zeit, ich weiß es von mir, auch ich habe jahrelang so gelebt, abends kurz nach dem Feierabend noch geschwind am Supermarkt vorbei, alles rein, was man quasi zum Essen braucht, dann nach Hause. Das heißt, durch die Nahrung, die wir heute zu uns nehmen, wird ja eigentlich unsere Gesundheit nicht gefördert. Denn es sind wahnsinnig viele künstliche Stoffe drin. Es gibt, glaube ich, kein Produkt mehr, wo nicht eh irgendwas und noch ein E und noch ein E und Aromastoffe, Geschmacksverstärker, Farbstoffe drin sind. Dieser Kreislauf, den viele nicht entkommen können. Ich habe die Möglichkeit, auf einem Bauernhof einzukaufen. Wenn jemand mitten in Berlin wohnt, wird er es schwer haben, auf einem Bauernhof einzukaufen. Er muss dann erstmal 30 Kilometer fahren wahrscheinlich oder noch weiter, bis er überhaupt einen findet. Für diese Menschen wäre es doch viel, viel wichtiger, solche Dinge zu sich zu nehmen, weil sie qualitativ nicht sehr hochwertige Nahrung zu sich nehmen. Kann ich diese Defizite, die ich durch diese Massennahrung erhalte, mit diesen drei oder vier Komponenten ausgleichen? Auf jeden Fall, du siehst das bei mir. Und ich sage, die Produkte, die da sind, sind eigentlich die Antwort auf die Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie vergiftet, das heißt, die natürliche Antwort für jedes Produkt von der Pharma. Pharma hat, glaube ich, 50, 60, 70.000 Medikamente. Das sind vielleicht 10, 20 Sachen. Und jede ersetzt 20, 30 Pharmaprodukte. Und so wie ich sage, die Gesellschaft wird sowieso immer schnelllebiger, die Ressourcen werden immer weniger. Das sieht auch jetzt mit den Flüchtlingen von Afrika zum Beispiel. Meine Theorie, was da geschieht, die Flüchtlingen kommen rüber zu uns. Es war früher, hat es geheißen, unterstützt die Völker in Afrika. Wenn ich die Völker in Afrika unterstütze und die selber selbstständig sind, die werden verwurzelt mit dem Boden sein, die kriege ich es von dort nicht mehr weg. Bis zum letzten Blutstropfen werden sie kämpfen. Jede Macht, die dann Krieg anzettelt, wird sofort von der Weltöffentlichkeit verwiesen. Was mache ich heutzutage? Ich lasse die Menschen aushungern. Ich würde nach so einem Hunger, was da passiert in Afrika, würde ich selber auch im Mittelmeer rüberschwimmen, auch wenn zwei Kinder meine eigenen neben mir im Wasser treiben. Und eigentlich gehört, diese Völker unterstützt, eigentlich 400, 500.000 Europäer rüber. Die Völker unterstützt, sie bleiben da. Wir sind verwurzelt und dann wird das nicht geschehen. Eigentlich müssen wir nach Afrika, um gesund zu werden, unseren D3-Mangel auszugleichen. Und die Leute kommen da drüben und bemerken, in Europa wäre ich krank durch den Sonnenmangel. Und das wäre der Wandel. Aber ich sage immer, der Chinese ist schon im Niger-Delta, der Chinese ist im Kongo, haben schon 300 Millionen für die nächsten 300 Tonnen Kupfer. Ist verankerte Chinese, da kommt noch Russland, Amerika. Wenn der Kontinent leer ist, ohne Menschen, da werden die Mächte das nehmen. Und dann heißt es, will einer von euch in Afrika arbeiten, kommt doch zurück. Für den Apel und Nei könnt ihr was machen. Ihr könnt Kostlar schürfen. Sogar Europäer, ihr könnt Blut und Wasser schwitzen. Und das ist meine Mentalität. Sie wollen richtig Afrika aussuchen. Das sind Rohdiamanten, Rohstoffe. Dann kommt hin und dann kommt halt wieder zurück. Aber ich weiß, so weit wird es nicht kommen, weil es sind so Sender wie Time2Do, andere Sender, die halt der Weltwürfelehrheit zeigen, dass nur gemeinsam können wir die Welt verändern. Ich habe gesehen, was das ist. Ich bin von Österreich gekommen, da waren Flüchtlinge, bestehen geblieben, bei mir gehabt, was ich bekommen habe als Spende. Da habe ich den Leuten geschenkt, die haben es nicht einmal wollen annehmen und haben ein paar noch mitgenommen. Aber man sieht, die Menschen, wir sind alle im selben Boot. Wir müssen uns wegwerfen, die Eiligkeit und nicht einfach die ganzen Ressourcen von ein paar Menschen verwalten lassen. Und die Erde gehört uns allen. Und ich werde in Sachen Gesundheit alles tun, auch wenn ich heutzutage, du sagst von Stress, ich habe jetzt 18 Prozesse laufen, 18 Prozesse, habe schon 100.000 Euro Anwaltskosten bezahlt, 40.000 Euro Strafe, vier Tage Gefängnis und ich sehe, ich habe keinen Stress. Ich nehme die Naturmittel. Andere Menschen hat sich schon längst aufgehängt, aber ich habe die Kraft zu kämpfen und ich finde immer meinesgleich, so wie dich zum Beispiel oder andere Menschen, die sagen, Robert, komm, ich stehe neben dir, wir schaffen das. Und irgendwann ist die Zeit reif, nicht jetzt ist die Zeit reif, nicht irgendwann. Ne, bin ich der gleichen Meinung, dass die Zeit jetzt reif ist. Die Menschen sind so aufgeklärt, wir leben im 21. Jahrhundert und überall wird in den schönen Reden unserer Politiker die Meinungsfreiheit immer hochgehalten, nur wenn dann jemand seine freie Meinung vertritt, dann gibt es Abmahnungen, dann gibt es plötzlich Ermittlungsverfahren und ähnliches, weil man irgendwo einen Paragrafen findet, wo man ihm über den Mund fahren kann. Das, liebe Zuschauer, hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Und wie gesagt, die eigene Meinung zu haben, ist eine der wichtigsten Güter. Dafür sind Tausende von Menschen gestorben, nur um die Meinungsfreiheit zu erkämpfen. Und wir lassen sie uns heute wieder Stück für Stück wegdiskutieren und wegnehmen. Da werden immer mehr Paragrafen geschaffen, die nur einen Zweck haben, den Menschen immer mehr einzuengen und ein Zwangssystem über uns drüber zu stülpen, was auf keinen Fall dazu führt, dass wir uns so entwickeln können, wie es eigentlich die Evolution vorgesehen hat. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Ich sehe neben den Produkten, die du eben genannt hast, neben OPC, neben Vitamin D3, auch ein Produkt, was K2 heißt. Ja, genau. Was ist K2? Das Produkt ist Vitamin K2. Dieses Vitamin K2 ist ein Vitamin, was nötig ist, wenn man Calcium hat. Dieses K2 führt das Calcium in die Knochen. Wenn ich D3 nehme, durch D3 wird aus D3 und Magnesium Calcium erzeugt und dieses Calcium müsste eigentlich in die Knochen. Durch Mangel an K2 haben wir kein ausgebildetes Skelett. Man sieht heutzutage, die Kinder haben einen zu kleinen Kiefer. Es blüht die Zahl der Kieferorthopäden. Die Kinder müssen schmerzen, die Zähne werden rausgerissen. Durch diesen K2-Mangel haben die Kinder einen zu kleinen Kiefer. Die Zähne haben keinen Platz im Mund. Es wäre eigentlich das Ende aller, ich weiß, Kieferorthopäden. Außerdem unsere Mädchen, die Frauen haben zu kleines Becken. Durch K2-Mangel in der Kindheit entwickelt sich das Becken nicht. Dadurch kommt es zum Kaiserschnitt. Klar, das Kind kriegt ja auch kein Immunsystem, wie bei einer normalen Geburt. Und ich sage, so ein kleines Vitamin, Vitamin K2, ich nenne nur ein paar Vorteile. Sie haben eine Studie gemacht in Norwegen mit 50 Mikrogramm Vitamin K2. Mit 10 Tropfen habe ich 200 Mikrogramm. Mit 50 Mikrogramm haben sie nach 10 Jahren die Leute 57% weniger Risiko, einen Herzinfarkt zu leiden. Ohne OPC, ohne nur K2. Zweitens, 52% weniger Ablagerung in den Arterien und 26% Gesamtsterblichkeit. Warum nehmen die Leute nicht K2? Weil es keiner weiß. Keiner weiß, was K2 bedeutet und deshalb werden die Menschen auch niemals wissen. Aber ich bin bereit, den Leuten, die Informationen klarzustellen, den Menschen zu sagen, pass auf, es gibt ein paar Sachen, ob ihr sie nehmt oder nicht. Von diesen Sachen ist eure Gesundheit abhängig. Und deshalb habe ich auch die vielen Querellen. Ich werde angegriffen von allen Medien, von überall. Jeder greift mich an, aber ich sage mal, die Menschen sind für mich unbezahlbar, egal ob sie in der Schweiz wohnen, in Österreich wohnen, überall. Und deshalb werde ich auch weitermachen, egal, was auf mich zukommt. Es gab schon immer in unserer Geschichte Menschen, die sich auch dem Druck von Systemen widersetzt haben. Wir sind hier in der Schweiz, ich sage nur William Tell, da wissen wir, was wir meinen. Und auch andere, die, ob die Legende sind oder Wahrheit, Robin Hood in England und anderes. Es geht uns aber da nicht. Du willst ja nicht kämpfen. Du willst im Prinzip den Menschen die Gesundheit bringen, du willst den Menschen die Informationen bringen, was ihr Körper eigentlich ist und was er tut. Ich meine, es gab ja Zeiten auf unserer Welt, wo die Masse der chemischen und synthetischen und künstlich hergestellten Produkte noch nicht vorhanden war. Drehen wir die Uhr einfach mal 100 Jahre zurück, dann sind wir jetzt im Jahre 1915 und da gab es noch keine Handys, da gab es keine Computer und Faxgeräte und was weiß ich. Jetzt haben wir ja ganz andere Belastungen. Und ich meine, keiner kann ja heute schon wirklich sagen, ob, wenn du 20 Jahre oder 30 Jahre mit Mobilfunkgeräten rumläufst, jetzt setzen wir uns noch gleichzeitig in ein Elektroauto mit hinein und haben diese ganzen Schwingungsfelder um uns herum, an die unser Körper eigentlich gar nicht gewöhnt ist, nutzen diese Produkte oder nach deinen Erfahrungen muss ich sagen, wir machen keine Hallausgaben, nach deinen Erfahrungen haben diese Produkte die Stärkung des Immunsystems und können die auch uns helfen, diese Einwirkungen auf unseren Körper zu minimieren? Ja, so wie ich sage, ich habe auch öfter Seminare gehalten über Immunsystem, über Knochenkrankheiten, es sind ein paar Produkte mit denen deckst das ganze Spektrum auf. Wenn ich zum Beispiel, du hast gemeint, Immunsystem, Vitamin D3 steigert das Immunsystem, OPC, stärkte Widerstandskraft des Körpers, Immunsystem, Vitamin C wissen wir auch, bei jeder Erkältung Immunsystem und das letzte Carnitin, Carnitin stärkte das Immunsystem, stärkte die Kraft des Immunsystems und ich habe schon vier Produkte für das Immunsystem und zu dem Thema Strahlen, dass du kommst, die haben schon 1957 ein Experiment gemacht, sie haben zum Beispiel Ratten genommen, verstrahlt, sind Strahlen, ob jetzt Atomstrahlen haben vielleicht noch stärker Wirkung als die Immobilfunkstrahlen, da wurden Ratten verstrahlt, 20% der Ratten sind sofort gestorben, innerhalb von ein paar Wochen sind alle gestorben und da haben die Ratten drei Wochen dieses Traumkennigst abgenommen, ist die Studie da von den USA, was ist passiert? Sie wurden bestrahlt und 90% der Ratten überleben. Hey, was für Mittel ist das? Hilft für 90 Krankheiten und hilft gegen Atomstrahlen, was will dein Handy strahlen? Ich sage immer, weil die immer sagen, okay, wir haben die Erdstrahlen, Erdstrahlen sind gefährlich, viele Leute, da kommen eine Routengewirkung und sagen, da hat diese Frau gewohnt, die hatte Krebs, ist gestorben, der findet die Plätze oder heutzutage während Chemtrails, wir werden gesprüht, dann außerdem die Handy strahlen, man nimmt drei Handys, ein paar Popcorn, ruft an, platzen die Popcorn, ich sage immer, weil ich diese Naturmittel nehme, ich schlafe am Abend, Computer neben mir, Handy, WLAN, schlafe ich ein und ich sage immer, mich, Robert Franz, weil ich so in Natur, bin ich so stark verbunden mit der Natur, ich sehe doch keinen Winter barfuß und ohne Kleidung und so, mich können sie auf den Erdstrahlen hinsetzen, da können sie mir drei Handys mit Klebeband um den Kopf an, die können sie gleichzeitig anrufen, von oben können sie mich bestrahlen und ich hebe den Finger und sage, Mann, ist Natur geil, das zu diesem Thema, klar, ich habe auch vielleicht irgendwo meine Grenzen, aber bis dann, ich sage, wir können nicht alles, wir können auch nicht alle Bio essen oder sowas, erst mal, ich will den Leuten ein Fundament geben und dann können sie sehen, wie weit sie gehen wollen, aber durch dieses Fundament können sie sich nur lange auf diesem Planeten bewegen, hoffentlich tun sie auch was Gutes für die Menschheit. Das wäre die Voraussetzung, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Du hast eben was Interessantes gesagt, ich glaube, du wolltest damit eigentlich unsere Geisteshaltung ansprechen. Wenn wir natürlich ständig in die Ängste gehen, das kann mir schaden, das kann mir schaden, hier muss ich aufpassen, da muss ich aufpassen, ich glaube, da nützt auch alles an gesunden Mitteln nichts, wenn ich nicht selbst an mich und meine Gesundheit und meinen Kraft glaube. Und da hast du jetzt wieder etwas gemacht, wo ich heute zum ersten Mal von dir gehört habe. Ich zeige Ihnen hier mal eine DVD. Diese DVD hat der Robert Franz jetzt wie oft produzieren lassen? 50.000 Mal. 50.000 Mal, da gibt es ein eigenes Emblem und das Ganze heißt internationale Gemeinschaft für natürliche Gesundheit. Nach seiner Definition sieht er hier eine Glaubensgemeinschaft. Warum Glaubensgemeinschaft? Weil alles, was uns im Leben nach vorne bringt, ist eine Voraussetzung da. Wir müssen daran glauben. Wenn ich nicht glaube, dass mir etwas hilft, dann kann das zwar auch eine Wirkung haben, die wird viel schwächer sein, das wird viel länger dauern, als wenn ich mit meinem System nicht gegen mich selbst arbeite. Und deswegen ist es wichtig, wenn man etwas tut, auch das zu glauben, was man tut und daran wirklich überzeugt zu sein, dass es mir hilft. Denn die Selbstheilungskräfte können wir in uns nur selbst aktivieren. Und was du tust, du tust im Prinzip zu den Selbstheilungskräften die Instrumente hinzugeben, dass der Körper sich regenerieren kann. Genau. Ich gebe den Menschen in der eigenen Gesundheit, in der eigenen Glauben. Glaube bedeutet nicht religiöse Glaube, sondern ich bin von etwas überzeugt. Diese überzeugen jeden einzelnen Menschen. Deshalb habe ich diese Glaubensgemeinschaft gegründet. Ich habe gesagt, um diese Welt zu verändern, brauchen wir keine Maske, wir sind anonym und stürmen, was auch immer, Wall Street oder mit zwei Masken oder so, sondern wir brauchen Menschen, die da sind, die in die Augen schauen und sagen, pass auf, ich heiße Robert Franz, ich wohne in 97340 Martinsheim und das ist meine Telefonnummer. Und ich bin da, euch Informatik über Gesundheit zu geben. Und ich habe gesehen, jetzt in sehr kurzer Zeit haben sich 1600 Leute eingetragen mit Name, E-Mail, Adresse und Telefonnummer. Telefonnummer, die jeden heutzutage das heiligste Kind ist, keines soll meine Telefonnummer erfahren, obwohl sie in jedem Telefonbuch drin ist, aber, und die Leute am Telefonnummer und es sind 1600 Menschen und ich habe ein Video, bevor die Glaubensgemeinschaft, bevor die sich eintragen kann, das Video, habe ich gesagt, irgendwann kommt es eine zweite Veränderung. Erstmal habe ich, ich habe vier Prinzipien, erstmal, jeder Mensch hat von sich aus eine natürliche Gesundheit, wir brauchen keine Pharmamittel. Moment, bevor wir deine vier Grundsätze sagen, dann sagt die Regie, wir müssen jetzt in die Werbepause gehen. Wir werden gleich nach der Werbepause auf diese vier Grundsätze zurückkommen und wir werden noch Ihnen erklären, was diese Produkte, die Sie hier sehen, die Sie über die eigengeblendeten Adressen beziehen können, welche Wirkungen die haben und wozu sie da sind. Wir sehen uns gleich wieder nach der folgenden Werbepause. Danke. Vielen Dank. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder da, bei mir heute im Studio zu Gast Robert Franz, der Mann, der natürliche Gesundheit in unser Leben trägt und der es uns vorlebt. Und, wie gesagt, die Zuschauer glauben es immer nicht, es ist heute bestimmt nicht warm draußen und er läuft wirklich barfuß. Er ist so heute gekommen, wir waren so im Restaurant, so ist er ins Studio gekommen. Und was mir an ihm gefällt, ist seine authentische und gerade Art. Er redet nicht um den heißen Brei herum. Er sagt direkt, was er denkt und was er schon erlebt hat. Wir sind eben ausgestiegen mit den vier Grundsätzen. Die wolltest du noch einmal erläutern. Ja, genau. Da habe ich ein Video gedreht. Wenn du dich einloggen wirst, dann können die Leute das Video sehen. Tritt vor der Kamera, sag ich, irgendwann steht die Welt auf dem Kopf. Die Zeit ist reif. Und ich sage, es sind vier Prinzipien, die ich gesagt habe. Jeder Mensch hat von sich aus eine natürliche Gesundheit von der Natur ausgegeben. Zweitens, in meinem Körper hat Gift nichts verloren. Überhaupt nichts. Mit welchem Grund auch immer. Drittens, jeder Mensch auf dieser Welt hat Recht auf eine lückenlose Aufklärung. Machst du mit deinen Sendern auch. Und viertens, Leute, die Menschen töten, die waren, ich weiß nicht, früher haben sie jeden Dorf geteert und gefedert. Die haben unserer ehrlichen Menschen, Gesellschaft nichts verloren. Wir brauchen nicht dieses Gleichen. Das ist auch genau der Punkt, warum unsere Welt heute dort steht, wo sie steht. Weil die Menschen, die Negatives für andere tun, haben sich auf Positionen gesetzt, wo sie frei in ihrer Macht agieren können und die anderen Menschen leiden. Und dieser Weg muss durchbrochen werden. Nochmal eine Information zu dieser DVD, liebe Zuschauer. Wenn Sie diese DVD haben wollen, mit vielen nützlichen Informationen, schreiben Sie uns. Das Beste ist, Sie schicken uns ein Kuvert mit Rückumschlag. Dann stecken wir die DVD hinein, denn, Sie wissen, wenn tausend Leute die bestellen, müssen wir tausend Franken aufwenden und wir sind ein Privatsender. Leider kommen wir nicht in den Genuss der Milliarden, die die Billag an das Schweizer Fernsehen verteilt. Sonst hätte der Kassensturz auch andere Aufgaben. Aber wir wollen das so machen, dass alle die Information bekommen. Schicken Sie uns ein frankiertes Kuvert mit einem Rückumschlag drin, dann erhalten Sie diese DVD. Wir geben Ihnen auch die Information dazu. Wenn Sie den Robert Franz unterstützen wollen, ist eine Kontoverbindung drin. Wenn Sie der Meinung sind, dass das, was er tut, für die Menschen gut ist und Sie sich bedanken wollen, können Sie das am besten mit einer Spende tun. Denn er kämpft nicht nur für sich, nein, er arbeitet für alle Menschen. Dem ihm sind alle Menschen gleich wert. Robert, du hast noch ein paar andere Produkte. Wir haben jetzt über K2, K2 über D3, über OPC gesprochen. Was haben wir denn hier? Hier steht drauf L-Carnitinin, dann steht da Canitin Tatrat. In der Hand hältst du ein Schweizer Produkt von der Firma Lonsa. Dann präsentieren wir das nochmal ganz toll. Richtig, Schweizer Produkt von der Firma Lonsa, also ein Lonsa-Canitin, das beste Canitin weltweit. Und dieses Canitin ist eigentlich, von diesem Canitin trägst du 25 Gramm in deinen Körper. Doch so viel. Genau, doch so viel. Ich sage, dieses Canitin ist so, wie du einen Mund hast, haben deine Zellen eine Schicht Canitin, einen Mund. Und hast du kein Canitin im Körper, können deine Körperzellen keine Nährstoffe aufnehmen. Egal, ob jetzt ein paar Lungenzellen sind, ein paar Muskelzellen oder Darmzellen. Und dieses Canitin ist eigentlich, Mund von deinen Zellen kippt der Kraft. Man sieht bei Kindern, die sie nicht entwickeln, man sieht, Kinder sind klein, verrotzt, vereitert, Bewusstseinsstörungen. Diese Kinder haben Canitinmangel. Führt man diesen Kindern Canitin zu, kommt das zu dramatischen Verbesserungen. Man kann sich vorstellen, so kleine Kindeslunge, die wächst, entstehen 90.000 neue Lungenzellen, 60.000 haben am Mund, die können atmen. Die anderen, ich kann nicht atmen. Eben. Sobald Canitin fällt, ältere Frauen haben Canitinmangel, die schrumpfen, so wie ein alter Baum. Für 1 Gramm Canitin lassen sie 30 Gramm Muskelmasse, sodass Canitin ist eigentlich ein sehr wichtiger Stoff, der 100 Mal mehr im Herzen vorhanden ist als woanders, 100 Mal mehr in der Leber. Man kann es sogar messen, ist aber gar nicht wichtig von Seiten der modernen Medizin. Finde ich nicht so. Ja, ich merke, du bist kein so ein Fan von der modernen Medizin. Und wir sehen das aber auch in anderen Bereichen. Ich sage immer, ich verteufele nichts. Ich überlasse jedem Menschen frei die Entscheidung. Und da müssen wir auch hingehen. Und ich sage, der Mensch, der meint, er fühlt sich in der bisherigen Medizin aufgehoben, soll seinen Weg gehen, der muss seine eigenen Erfahrungen machen. Aber ich weiß, und da bist du nicht der Erste, der hier sitzt und mir erzählt, dass die Natur uns 80.000 Stoffe bereithält, die unsere Gesundheit erhalten oder wiederherstellen können. Und ein Mediziner, ein Schulmediziner hat mal zu mir gesagt, und wenn die 80.000 Stoffe durchprobiert sind, uns hilft dann immer noch nichts, dann können wir uns immer noch überlegen, was wir künstlich herstellen können, um uns zu helfen. Bis dann sind aber x Leute schon gestorben und es ist nichts in der Sache. Es ist in der Übung. Ja. Dann haben wir was anderes hier noch. Da steht drauf, ich bin ganz verwirrt jetzt vor lauter, sag du es. Nato-Kinase, Nato-Kinase. Was ist Nato-Kinase? Habe ich auch noch nie gehört. Ja, Nato-Kinase ist die Antwort auf Marcumar, Xarelto, Pradaxa, Blutverdünner. Es wird schon längst patentiert, aber man kann es nicht patentieren. Die Japaner essen Gericht, Nato. Das ist so eine Art natürlicher Käse. Und da enthält ein Schleim von der Sojabohne, Nato-Kinase. Man kann auch im Internet reinschauen. Gesundheitliche Aufklärung. Nato-Kinase mal schön durchlesen. Nato-Kinase schlägt jeden künstlichen Blutverdünner. Ist acht Stunden länger im Blut, wird länger. Nato-Kinase verhindert Lungenembolien, verhindert Thrombosen. Durch Nato-Kinase wird das Blut aktiviert. Es vitalisiert alle Organe. Unser körpereigene Antigerinnungsenzyme, Plasmin, wird vermehrt produziert. Nato-Kinase verhindert Alzheimer, Osteoporose. Nato-Kinase, in dem Moment, wo Leute weg wollen vom Blutverdünner. Das Schlimmste ist, ich weiß, Marco Marr, kommen die Leute nicht weg. Vor Rotlea ist es sogar ein Rattengib für mich. Nebenwirkungen, Gehirnblutung, Pipapo, N, Todesursachen. Man nimmt diese Nato-Kinase, hat Patienten weggebracht. Ich stelle den schnellen Fall, geht ganz schnell. Man sieht Robert Franz, Interaktion mit der Medizin. Frau kommt zu mir, vier Schlaganfälle bis dann. Sagt, Herr Franz, ich nehme, ich weiß, Ramipril, Blutdrucksenker. Ich nehme Bisoporole und Beta-Blocker. Ich nehme Nato-Kinase. Erstens, zwei, das wäre nicht so gefährlich. Ramipril kann man durch Arginine ersetzen. Natürliche Aminosäure, Nobelpreis. Öffnet die Adern. Wir atmen alle, auch in diesem Raum da, 18 bis 20 Prozent Sauerstoff. Das heißt immer, gibt den Leuten Sauerstoff? Ich sage nein. Es sind 80 Prozent Stickstoff. Gibt den Leuten Stickstoff? Und wenn wir nicht richtig einatmen, können sie sich nicht entspannen. Dadurch können wir unseren Sauerstoff nicht genießen. Ich habe gesagt, Ramipril lassen wir zur Seite. Sie nehmen Arginin. Zweitens Bisoprolol. Auch zu weg. Sie nehmen OPC, Mittag, ein OPC. Was wichtig ist, Sie haben Schlaganfälle, Sie haben vier Stück. Die Zahl der Schlaganfälle ist durch den Sonnenmangel um 56 Prozent gestiegen. Wenn ich Sonnenmangel habe, bin ich im Winterschlaf, Blut ringt ganz langsam und bilden sich Gerinnsel. Okay, nach drei Wochen dieser Therapie, also jetzt müssen wir von dem letzten Markumar weg. Es steht drin, wir haben Markumar neun Tage lang im Körper. Ich kann jetzt nicht Nato-Kinase-Tapf nicht mit Markumar gegeben werden. Warum? Es sind zwei Mittel. Man kriegt vielleicht Nasenblut, aber es ist okay. Die neun Tage überwinden wir mit vier Kapselen OPC. Eine früh, eine Mittag, zwei am Abend. Markumar wurde weggelassen. Nach neun Tagen OPC kommt in der Früh Nato-Kinase-OPC, am Abend Nato-Kinase-OPC. Mittag, dass es drei in der Früh ging. Die Frau medikamentenfrei, freut sich das Leben, sagt, Herr Franzi, ich muss zum Arzt. Fängt an zu weinen. Warum weinen Sie? Ja, der Arzt droht mich, der Arzt beschimpft mich. Ah, so läuft das. Ich komme mit Ihnen zum Arzt. Bin ich mit ihr zum Arzt gegangen. Schon hat die Krankenschwester gesagt, ich will keinen INR-Wert messen. Mein Blut ist normal. 1,2, 1,6 INR. Ich habe 1,2, 1,6. Ich habe nicht 2,5. Da hat es schon geheißen, Moment, es dauert länger. Wir sind rein. Da war die Krankenschwester als Zeugin, der Arzt hat sie mit reingenommen. Da war der Arzt vom Stuhl, hinten ein Riesenregal, Bücher. Ich da, die Patientin da, sagt sie, ich werde die Sache nicht mehr nehmen. Das kippt sich noch nicht. Sie werden sterben und weiß nicht was. So mit dem Bild ist ihr schweigefristig. Ich sage, Moment mal, was machen Sie da? Sie verschreiben Produkte, wo Menschen töten. Der Arzt sagt, Moment mal, das ist nur eine Empfehlung. Oh, auf einmal sind das keine Dings, nur Empfehlungen von euch. Da habe ich gesagt, okay, die Patientin, ist der Arzt wild geworden? Er sagt, ich rufe die Polizei. Ich habe gesagt, kannst du rufen? Ich habe keine Angst. Der Arzt sagt, verlass die Praxis, wir sind in der Praxis raus. Noch schneller habe ich gesagt, nein, ich bestimme selber, wie ich die Praxis verlasse. Ich bin in der Tür stehen geblieben. So habe ich mit dem Patienten gesagt, verschreib nie wieder Mittel, die töten. Die Pharma darf nie wieder Mittel auf den Markt bringen, die Menschen töten. Und merkt er den Namen Robert Franz und bin gegangen. Die Patientin hat einen anderen Arzt, da sagt der Franz, für mich ist es wieder neu im Leben. Das war nur ein Fall, was Robert Franz macht. Gegen so eine mächtige Pharma. Wir sind hier im Fernsehen, tausende von Leuten hören und sehen das. Ich muss da wieder eine Erklärung dazu abgeben. Liebe Zuschauer, das war ein Einzelfallbeispiel, was der Robert Franz so erlebt hat. Es soll Sie nicht dazu auffordern, Medikamente, die Ihnen ein Mediziner verschrieben hat, abzusetzen. Es soll Sie nur dazu auffordern, kritisch über die Dinge nachzudenken. Und anzufangen, auch mit Ihrem Fachpersonal, mit den medizinischen Berater, die Sie für sich ausgewählt haben, immer wieder ins Gespräch zu gehen und immer wieder zu schauen, ob das wirklich, was man Ihnen da verschreibt, für Ihre Gesundheit zuträglich ist. Oder ob es womöglich eine Alternative gibt, die Ihnen weit mehr helfen kann, wie vielleicht ein Produkt, was von der Pharmaindustrie hergestellt wird. Wobei ich hier auch nicht behaupten will, dass die Pharmaindustrie nur Schlechtes macht. Es gibt nun mal viele Fälle, wo durch Falschmedikation Menschen zu schade kamen. Es gibt aber auch, wir haben es gehört, man kann auch 30, 40 Jahre lang diese synthetisch hergestellte Vitamin C, diese Ascorbinsäure einnehmen. Wird auch 106 Jahre alt, also wir verteufeln hier nichts. Nein, wir stellen Alternativen vor, beraten Sie sich und wir wissen heute, vernünftige Mediziner greifen auch immer wieder auf die Natur zurück. Und wir leben in der Schweiz, in einem Land, wo die Komplementär- und Alternativmedizin durch Volksentscheid die gleiche Stellung bekommen hat wie die Schulmedizin. Und das gilt es einfach anzuerkennen, auch wenn es natürlich einzelnen Menschen nicht gefällt, die vielleicht da dann irgendwelche Umsatzeinbußen verkraften müssen. Aber ich glaube nicht, dass wir Menschen dazu da sind, um Umsätze zu erzielen, da dann krank zu werden und womöglich früher zu sterben. Ich glaube, das eine gehört zum anderen nicht dazu. Fangen Sie an, selbstständig zu entscheiden und konfrontieren Sie auch Ihren medizinischen Berater mit diesen Informationen. Belesen Sie sich, der Robert Franz hat jetzt mehrmals gesagt, gehen Sie ins Internet, schauen Sie an, was da steht zu diesem Produkt und dann entscheiden Sie. Denn die Verantwortung über Ihre Gesundheit wird kein Mediziner übernehmen. Er wird nie unterschreiben, dass er für Ihre Gesundheit verantwortlich ist. Denn wenn es Ihnen schlecht geht oder wenn Sie gar dann irgendwann sterben würden, wäre er in der Verantwortung. Und das ist bei den Zahlen, die wir heute auch im Internet finden können, wie viele Menschen jährlich diese Dinge nicht überleben. Wir wissen, wie schwer der Nachweis zu führen ist für solche Dinge. Und wenn natürlich Schulmediziner Schulmediziner gutachterlich bewerten müssen, dann trifft oft der alte Spruch zu, eine Krähe hackt der andere nicht das Auge aus. Und da müssen wir einfach die Realität sehen. Ich verteufelte nichts, auch keine Schulmediziner. Ich war selbst schon in einer Unfallsituation, wo ich froh war, dass ein schulmedizinisch ausgebildeter Chirurg, der ein absoluter Spezialist war, mein Bein wieder zusammengeflickt hat, dass ich danach Fallschirm springen konnte und alles wieder machen wie heute. Also sehen Sie die Aussagen so, wie sie sind. Nutzen wir erst die Natur. Und wenn sie dann an Grenzen stößt, dann können wir uns immer noch andere Methoden überlegen. Kommen wir zurück zum anderen Produkt. Was steht da an der Ecke? Das ist ein DMSO, ist ein Lösungsmittel. DMSO ist ein Lösungsmittel von der Papierindustrie. Da werden die Leute sagen, Herr Franz, Chemikalien sind ein. Dieses DMSO war früher in jeder Schmerzsalbe enthalten, und zwar in einem Verhältnis zu 70%. Heutzutage haben die Schmerzsalben nur 10% DMSO. Die einzige Salbe, die mehr DMSO gehabt hat, die Dolubene, eine Sportsalbe, mit 40% Wunden vom Markt genommen. Es wird nicht einmal gefragt, ob die Menschen die Produkte weg wollen oder nicht. Es entscheiden einfach ein paar, was auch immer. Sie sind Pharmavertreter, Ärzte, was auch immer. Aber ich sage, dieses Mittel steht in Rumänien, in Russland, in Bulgarien, in jedem Medizinschrank. Man kann es auf jede Wunde sprühen. Es ist aber ein Lösungsmittel von der Papierindustrie, DMSO. Es wurde auch Studien gemacht. In 1957 haben die Leute Schleimbeutelentzündungen gehabt. Es ist Bursitis, ganz schwer erkrankt. Ich kann nicht einmal den Arm heben. Die Leute wurden entkleidet, wurde DMSO draufgeschmiert. Man soll auch nicht rumreiben und keine Kompressen machen, sondern einfach draufsprühen und einschmieren. Nach 45 Minuten haben die die Hände gehoben, haben sie angezogen. Und so wie ich sage, DMSO ist für mich ein bestes Mittel für akute Schmerzen. In Medizin jetzt nicht mehr genutzt, verboten durch die FTE. Es ist einfach ein Lösungsmittel. Aber viele Leute fragen, wie giftig ist dieses Mittel. Ich sage immer, wenn ich heutzutage ein Auge transplantiert, dieses Auge lebe ein Tag in einer Nährlösung, dann ist es weg. In DMSO lebt dieses Tag sieben Tage, dieses Auge. So dass, wenn ich mich wohlfühle in seiner Flüssigkeit, dann kann es auch nicht für meinen Körper anrichten. Wenn jemand vielleicht Allergie auf dem Mittel hat, kann es abwaschen mit Wasser und der Käse ist gegessen. Aber der tollste Fall, was ich erlebt habe mit diesem Mittel, bei einem Seminar ist eine ältere Frau gekommen. Da sagte, Herr Franz, Sie haben jetzt Knieschmerzen. Da habe ich gesagt, Sie können DMSO drauf, die Knieschmerzen sind weg. Nach drei Tagen war sie krückenfrei. Sie ist zu mir gekommen und habe gesagt, Herr Franz, schauen Sie an, Schmerzen weg. Nach einer Woche, ich sage, Herr Franz, ich hätte gerne noch eine Flasche DMSO. Ich sage, wofür? Ich war bei meinem Arzt und mein Arzt hat gesagt, ich habe starke Knieschmerzen. Und ich will meinem Arzt helfen. Da habe ich gesehen, dass eine 85-jährige Frau hat die Kraft, nachdem sie eine gute Erfahrung hat, ihren Arzt zu therapieren. Ich sehe kein Altersunterschied in natürliche Gesundheit in der Hand nehmen, sodass vom 16-, 17-Jährigen, der seine Oma retten will, bis zum 85-Jährigen, der jetzt das Leben entdeckt und sagt, mit 66 fängt das Leben erst an, wie das berühmte Lied. Das sind so ganz einfache Sachen, die für mich richtig repräsentativ sind, für was Natur kann. Aber ist das vom Hintergrund? Ich meine, ich höre das jetzt immer öfters, du bist ja nicht der Einzige, der aus dem Alternativbereich kommt, der jetzt hier schon in meiner Sendung war. Immer wieder und immer wieder höre ich das, wurde verboten, wurde vom Markt genommen. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, alle reden vom Zeitalter des Bewusstseins, alle reden von Aufklärung und Information. Warum werden solche Mittel vom Markt genommen, wenn wir doch sehen, dass sie nachweislich helfen? Geht es dann nur ums Geldverdienen und nicht ums Gesundmachen? Ja klar, diese Mittel sind erstmal effektiv, sie wirken, man kann sie nicht patentieren und das ist der größte Übel. Ich sage, jeder denkt Gesundheit muss Geld kosten, ich sage Gesundheit, es gibt da natürlich, die kostet gar nichts, man kriegt es umsonst oder für ein paar Cent. Und deshalb ist auch so ein Industrie entstanden, nur so wie ich gesagt habe, wenn die Leute, die Leute würden was machen, es sind auch viele, die Seminare halten, Referenten, was für Mittel, keiner gibt die Lösung. Was ich mache, ich gebe Lösungen. Ich erzähle keine Theorien, ich sage immer, die Gebrüder Grimm haben schöne Märchen geschrieben, Hans Christian Andersen, muss ich keine Märchen erzählen. Entweder erzähle ich Tatsachen, Dacheles und ich gebe Leute Lösungen und das ist auch sozusagen die Lösung. Lösungen zu bieten, Lösungen, die jeder Mensch einzeln selber machen kann, unabhängig und selber entscheidet, wie weiter geht, wo er aufhört und ob er imstande ist, anderen Menschen zu helfen. Und deshalb werden diese Mittel verboten, aber nicht mehr lange. Es sind schon fast 40.000, 50.000 Menschen, die schon daran glauben. Glaubensgemeinschaft, ich sage, eigentlich ist es auf der Kippe, 10% von Schwarm dreht sich ein ganzer Schwarm um. Ganz einfach. Richtig, das ist so in der Natur. Daneben steht noch etwas. Genau. Chrom? Chrom-Picolinat, genau, klar. Chrom-Picolinat, wenn ich jetzt Chrom höre, fällt mir ein ganz schlimmes Gift ein. Ja, Chrom oder mir fällt die Stoßstange von so einem Amikarn, von einem Amischlitten auf. Genau. Schön glänzt, kannst du dich drinnen anschauen. Und wir wissen ja, dass das Verchromen ein ganz giftiger Prozess ist, aber Chrom ist ja auch in der Elementarliste des menschlichen Körpers vorhanden und es scheint es auch organisch zu geben. Eben. Was macht das Mittel, wo kommt es her? Es kommt in Form von einem Chrom-Picolinat und es ist erwiesen worden, ohne Chrom kann kein Zucker abgebaut werden. Kein? Kein Zucker. Kein Zucker im menschlichen Körper. Okay. Und heutzutage, so wie ich sage, wir haben nicht nur eine Pharma-Mafia, sondern auch eine Zucker-Mafia. Wir haben Zucker im Fisch, Zucker im Schinken, was ist da Zucker im Schinken verloren überhaupt? Zucker in der Pfälzer Leberwurst. Ich weiß. Hab ich vor kurzem Schinken, ich komme aus Rheinland-Pfalz. In einer römischen Orge könnte ich vielleicht ein wenig Zucker im Schinken rein. Aber, so wie ich sage, Chrom ist ein Mittel, hilft beim Zucker aufbauen. Chrom erhöht die Anzahl der Insulinrezeptoren. Chrom, man kann auch reingeben, Chrom, Wirkstoff-Lexikon. Da werden die Leute sehen, dass Chrom erstmal verhindert Herzinfarkt, steht alles drauf, nicht von mir. HDL, LDL-Cholesterin, gute Trigyceride senken. Chrom lässt Cholesterin ab, Chrom verhindert Krebs. Chrom hilft die Anzahl der Insulinrezeptoren zu erhöhen. Und mit Chrom nimmt man ab. Studie gemacht an Männern, glaube ich zwischen 50 und 55 Jahren. 7,7 Pfund natürliches Abnehmen ohne Rebound-Effekt. Warum? Chrom anhiliert den Fettstoffwechsel im Körper. Auch ein Mittel, ein paar Mikrogramm, sind 200 Mikrogramm. Ein Diabetiker braucht vielleicht 400, 500. Ich habe Fälle gehabt, die Chrom genommen haben, sagt Herr Franz, Zucker ist unten. Ich sage immer, zum Fall von Diabetes, einfach nur schnell eine Krankheit nach Meinung von Robert Franz. Ein Diabetiker braucht erstmal Vitamin D3, die Bausperdrüse produziert Insulinrezeptoren. Werft sie an mit der Sonne. Wenn ich schlafe, schläft sie auch. Ein Diabetiker braucht Vitamin C, Zucker und Vitamin C sind gleich. Solange ich kein Vitamin C zur Verfügung stelle, wird dieser Zucker meinen Körper nicht verlassen. Drittens, Diabetiker braucht dünnes Blut. OPC schafft es, Zucker in Bewegung zu setzen. Und viertens, Chrom, vielleicht noch homöopathisch. Und Datiska Cannabina, ein Gelbhampf in Potenz D3 für Patienten, die Diabetes haben, Übergewicht sind. Du siehst fünf Sachen, die auch wieder kein Diabetiker in keiner Bild-Zeitung, keiner Corona-Zeitung oder Zürcher Nachrichten lesen wird. Aber vielleicht bei Time2Do oder bei Robert Franz Gesund erfahren wird. Und für manche sind es Lebensretten. Ich bin eigentlich so der letzte Anker. Die ganzen Leute, die bei mir anrufen, Herr Franz, ich habe Krebs, ich bin am Sterben, ich habe Diabetes, ich habe keine Lebensqualität, ich habe am Tag 20 Mal blutige Durchfälle. Und dass so Robert Franz zuschaut und so sagt, nein, ich kann euch nicht helfen, weil ich so Angst habe. Robert Franz hat leider keine Angst. Robert Franz kennt keine Angst. Angst ist sowieso der schlechteste Berater im Leben in allen Fällen. Und hinzustehen heute für seine eigenen Überzeugungen und Dinge, das sind wieder Situationen, die uns jetzt gefordern. Weil ich sage den Leuten, wenn wir Bewusstsein erreichen wollen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann kann es nicht sein, dass wir nach wie vor wegschauen und den Mund halten. Gehen wir in die zweite Etage. Hier habe ich auch noch ein Produkt. Hier steht Arginin, L-Arginin-Kapseln. Was ist L-Arginin? Und da vorne ist auch noch eine... Oh, da ist ja ein anzügliches Foto drauf. Genau, ein unsittliches Foto, aber eigentlich ein natürliches Foto, das man sieht in jeder Natur. Ich meine, wenn zwei Hunde sich paaren oder zwei Tiere, gibt es auch keinen schwarzen Balken, von wem auch immer, privaten oder öffentlichen Sender. Ich sage, Arginin ist eigentlich Stickstoff, Arginin erzeugt Stickstoff. Und so, was ich gesagt habe zum Thema Pharmaindustrie, ich sage, die Pharmaindustrie nicht, dass sie, ich weiß, durch Medikamente viele Menschen sterben, durch Operationen, durch vielleicht schwierige Dinge, wo vielleicht schief gehen, ganze Familien, ich weiß, Sozialfall werden, sondern die Pharma bringt auch Familien auseinander. Die ganzen Beta-Blocke, die verschrieben werden, Beta-Blocke sind impotenzfördernde Mittel. Ich sage heutzutage, wenn es keinen guten... Sie sind impotenzfördernde Mittel. Genau, die Männer haben keine... junge Männer nehmen diese Mittel, keine Durchblutung, das Herz wird runtergefahren, werden impotent. Und ich sage heutzutage, wenn es keinen guten Nachbarn hat, ist die Frau weg. Nachbarschaftsschild. Und so, wie ich sage, durch dieses Arginin, wenn ich Arginin, wird Stickstoff erzeugt, die Adern entspannen sich und dadurch senkt der Blutdruck. Zum Thema Blutdruck nicht sich auf Arginin nur verlassen. Sondern auch wieder die ganzen Sachen, Vitamin D3-Mangel, Körper zieht Hände und Füße zusammen, dadurch hat das Blut keinen Platz. Zweitens wieder OPC, Durchblutung, dünnest Blut. Drittens Arginin. So, Sie sehen, auch bei jeder sind drei, vier von derselben Säulen, was ich gesagt habe. Dieses Arginin ist die Antwort auf die ganzen Beta-Blocke, alles was da ist. Arginin, Nobelpreis 1998. Kapselpulverform 5 Gramm, nicht weniger als 5 Gramm. Jetzt habe ich ja so viel gehört, wir haben noch fünf Minuten, die Leute sehen das da unten, vielleicht gehst du nochmal im Schnelldurchlauf durch. Da ist zum Beispiel eine Alpha-Liponsäure. Die Antwort, natürliche Antwort auf Simvastatin, Covastatin, Atorvastatin. Früher war Cholesterinwert 300, jetzt sind wir nicht 200, sondern 160. Mit so niedrigen Cholesterinwerten, erstmal werden die Körper krebsanfällig, drittens unter 200 bringen die Männer gar nichts mehr im Bett zusammen. Zu diesem Thema. Kein Mountainbike, keine Potenz und sowas. Wenn ich mein Cholesterin senken will, dann nicht mit einem Mittel, was mein Gehirn auflöst und vielleicht einen Schlaganfall auslöst oder die Gelingen schmiere, sondern eine Alpha-Liponsäure senkt Cholesterin auf natürliche Weise 40 Prozent. Antwort, wenn einer sehen will, ich habe selber Cholesterin 310, Power bis zum Gehirn nicht mehr. Wenn ich sehen will, wie ich mit 140, 180, 160 überhaupt diese Welt geiste, dann nehme ich ein Naturmittel, kann es jederzeit los, dann sage ich, okay, ein Versuch war es wert, aber ein natürliche Versuch ohne Risiko. Zweitens, nehmen wir das nächste, Q10. Q10 ist eigentlich... Bekannt, das kenne ich jetzt auch. Q10, genau, das kennst du. Q10 ist die Nahrung von unseren Zellen. Q10 stärkt die Herzkraft. Studien Mailand, Ancona zeigen, dass dieses Q10 in Maßen von ca. 300 Milligramm pro Tag genommen pro Monat ca. 10 Prozent die Herzleistung steigern. Es sind, wurde Studie, 147 Patienten, Stufe 4, Stufe 5, Herz, fast Rollstuhl. Nach sechs Monaten Kur waren fast alle, fast beschwerdefrei, 1, 2 hängen noch hinten dran, die Welt ist ja nicht perfekt. Dieses Q10 ist ein ganz tolles Mittel. Auch Studien ab, es gibt im Internet ein Buch sogar von Schweiz, Webmed Schweiz. Q10 Buch PDF, ab Seite 100 beginnt der Krebs. Q10 stoppt den Tumor, reduziert der Tumor, erhöht die Lebenserwartung. Deshalb gehört sowas auch in eine natürliche Krebstherapie. Mein Beitrag mit Krebstherapie habe ich auch müssen entfernen. Laut Oberlandgericht Hamburg, Robert Franz darf den Leuten keine Möglichkeit geben. Sie müssen halt elendig kaputt gehen. Ich werde auch immer das sein für die Menschen. Weiter, nächstes Produkt, nehmen wir dieses Cordyceps vom Tibet. Kenne ich auch, ist ein Pilz, glaube ich. Das ist ein Pilz, der wächst im Tibet. Leute, die Asthma haben, COPD, Kronische Obstruktur, Pulmonare Destruktion. Durch dieses Cordyceps erreiche ich, oder Lungenfibrose, Studie Cordyceps Inhibits, Stopp Lungenfibrose. Durch dieses Cordyceps erhöht sich die Studie 55% die Sauerstofferwerte. Dann nimmt doch dieses Cordyceps, was wartest du eigentlich, 55% mehr Sauerstoff durch Cordyceps. Und Studie habe ich gefunden, da haben ein paar Patienten, die haben Lungenfibrose, Cordyceps und Quercetin. Zwei Mittel mit Studie. Jetzt muss ich leider mal stoppen, du arbeitest wie ein Maschinengewehr, mir glüht schon dein Kopf. Jetzt haben wir so viel gehört. Jetzt nehme ich mal einfach dieses Produkt hier. Okay. Ne, das ist das Schweizer Produkt, nehme ich ein anderes, nehme ich das hier. Natokinase? Ja. Nebenwirkungen. Gibt es von irgendwelchen Produkten bekannte Nebenwirkungen, wo du sagst, Leute, aufpassen, wenn ihr das oder das nehmt, dürft ihr das nicht nehmen, das kann euch schaden. Hast du irgendwelche Gegenreaktionen oder sonst irgendwelche Dinge? Natokinase zum Beispiel nach langen Studien, könnt ihr es lesen, bei Gesundheit Natokinase wurde keine schädlichen Nebenwirkungen gefunden. Die meisten Nebenwirkungen passieren mit diesen Produkten, wenn sie in Kontakt kommen mit Pharma-Produkten. Warum? Die Pharma-Produkte haben Nebenwirkungen. Gerade heute habe ich Interesse gesehen, ein einziges wird über 20, 30 Nebenwirkungen. Klar hat das Naturprodukt vielleicht diese Wirkung verstärkt. Wenn ich ein Naturprodukt habe, kann es sein, ich nehme Pharma-Produkte oder zum Beispiel zum Thema OPC. Weil es ist ja niemals OPC, gleichzeitig mit Pharma-Produkten. Weil OPC, weil es den Blut verdünnt und den Körper überall versorgt, verteilt diese Pharma-Produkte so stark, dass ich vielleicht nur ein Zehntel brauche. Das ist, was die Natur schafft. Normal müsste Ärzte mit Naturprodukten die Leute behandeln, damit sie ihre in ganz niedrigen Dosen dosieren. Naturhilft Pharma oder Naturbrauch. Die Sponsoren sind schon eingeblendet. Ganz herzlichen Dank. Wir machen nochmal eine Sendung zwei Stunden lang, wo wir über die ganzen Thematiken sprechen. Und wir laden die Menschen dazu ein, dass sie gleich zuhören können und genau wissen, um was es geht. Oder dass sie keine Anrufung und Fragen stellen. Genau. Das wäre noch besser. Das war die Aufforderung, liebe Zuschauer. Sie haben es gehört. Menschen, die aus ihrem Herzen sprechen, die verwirren uns manchmal, weil wir gewohnt sind, die Dinge so zu hören, wie sie uns vorgegeben werden. Wir wollen nicht angepasst sein und wir wollen uns auch nicht unterordnen. Nein, wir wollen freie, selbstständig denkende und bewusste Menschen werden. Denn dann agieren wir zum Wohle aller. Wenn wir diese Entscheidung in uns tragen, dann sind wir alle gleich. In diesem Sinne einen schönen Abend. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony.